Was bedeutet das für dich, der fünfte Titel für den FC Bayern insgesamt? Ja, unheimlich viel. Ich glaube, für uns alle ist das einfach der ehrlichste Titel. Wir sind wirklich wahnsinnig froh und nach dem Sieg gegen Wolfsburg wüssten wir einfach, das wird unsere Meisterschaft. Und jetzt hier zu stehen, ist wirklich für mich persönlich ein Traum in Erfüllung, so viele Menschen hier zu sehen. Ich glaube, für viele andere Mädels hier ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ja, Gänsehaut überall und ich hoffe, wir können euch damit auch ein bisschen was zurückgeben, weil wir sind so angewiesen auf die Fans, auf die Familien, auf die Freunde. Und von daher danke euch vielmals und lasst uns weiterhin einen schönen Abend zusammen haben.